Hey, alle Weihnachtsgeschenke zusammen! Wenn nicht, habe ich hier die perfekte Lösung für dich. Vor allem, wenn du oder vielleicht ein bekannter von dir Makrofotograf ist. Das hier sind tatsächlich die besten 20 Euro, die ich jemals für Makroequipment investiert habe. Ja, was ist das eigentlich? Eigentlich ist das hier so eine helfende dritte Hand zum Löten. Das heißt, wir haben hier einen sehr massiven Metallaufbau, an dem drei helfende Arme befestigt sind. Normalerweise in der Makrofotografie würde ich jetzt hier verschiedene Proben, vielleicht Blumen positionieren, verschiedene Vorder- und Hintergründe. Und mit diesen Armen könnte ich so sehr leicht den Winkel und den Abstand dieser Objekte zueinander einstellen. Oder, was auch für mich sehr spannend ist, den Winkel der Objekte zur Kamera. Also, wenn du Makrofotografie zu Hause, klar, wenn du jetzt irgendwie draußen auf der Wiese unterwegs bist, brauchst du sowas nicht. Aber vor allem für Projekte, für Versuche zu Hause finde ich das echt genial. Das spart eine ganze Menge Zeit und vor allem auch Nerven. Wenn du Interesse hast, zu Hause mal ein bisschen im Makro-Bereich rumzuexperimentieren, ist das hier auf jeden Fall interessant für dich. Link packe ich mal in die Beschreibung. Wenn du dich vielleicht fragst, warum diese Kamera hier auf dem Kopf hängt und was es mit diesen Ringen hier auf sich hat, das ist ein Video- bzw. Fotoprojekt, was ich in zwei bis drei Tagen hochladen werde. Hier ist schon mal ein kleines Preview. Das ist ein Video- bzw. Fotoprojekt, was ich in drei Tagen hochladen werde. Vielen Dank. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020